hey leute willkommen zurück bei mir auf dem channel und es ist zeit für einen neuen versuch insane dungeon 2 map 7 ich spiele mich da die ganze zeit rum mit unterschiedlichen helden weil es eigentlich nicht so funktioniert wie ich das eigentlich so gern hätte und ich hoffe doch irgendwie die 50 prozent zu schaffen sieht gut aus sieht gut aus jawohl 74 ist doch schon mal ein guter anfang auf was man eben wirklich schauen muss das ist wenn der cupid der muss als wenn es geht als letzter spawnen damit er prockt damit alle helden davon profitieren sonst ich habe noch einen zauber frei also hätte ich den eventuell verwendet hätte ich vielleicht auch noch komplett geschafft aber jetzt bin ich mal froh dass ich diese mit hinter mir habe aber wir sehen uns im nächsten versuch bei nummer acht